Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man Herzen in Star-Sybill macht. Ich weiß, viele von euch wissen schon, wie man das macht, vor allem die längeren Spieler. Und wir werden sich jetzt fragen, hä, warum, was soll das? Das wissen wir schon. Aber ich werde auch immer wieder in Streams gefragt und unter Videos, wo ich halt Herzen schreibe. Wie machst du die Herzen in Star-Sybill? Und es gibt bestimmt auch viele Leute, die das noch nicht wissen, vor allem die neueren Spieler oder die Spieler, die nicht so viel Zeit für Star-Sybill haben und das nicht so oft spielen. Oder halt auch die Spieler, die es nie gezeigt bekommen haben. Und für die Leute möchte ich das jetzt einfach mal machen, dass auch diese Spieler wissen, wie man Herzen in Star-Sybill macht. Und ja, deshalb habe ich hier auch schon den Chat offen. Ich mache das einfach im Global-Chat. Ich blende euch das einfach mal ein. Ihr habt also die ganz normale Tastatur. Mit den Zahlen oben und darunter den Buchstaben und unten halt Leertaste und Alt und Strg und den Pfeiltasten und so weiter. Und dann ist dort rechts, ist so eine kleine Lücke, sag ich mal. Und dann kommen nochmal Zahlen. Also da, wo das Plus, das Mal, das Durch- und das Minuszeichen ist. Und dort sind auch nochmal Zahlen. Von 1 bis 9. Und ihr drückt auf die Alt-Taste, auf die 1 und auf die 5 gleichzeitig. Und dann macht ihr ein Herz. Und dann müsst ihr einfach noch auf Enter drücken. Und dann wird das sozusagen geschrieben. Also einfach Alt und auf die 1 und die 5. Rechts, also bei den rechten Zahlen von eurer Tastatur. Und dann macht ihr ein Herz. Genau so macht man das. Und ja. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie man ein Herz macht. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kurzen Infovideo helfen. Und ja, dann schreibt viele Herzen ins Dastable. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.